Verdammt nochmal, was habe ich auf die Kiste gewartet, da ist er endlich, der neue Mac Mini. Ich erkläre euch jetzt, ob der interessant ist für euch, ob ihr den kaufen solltet, ob ihr euch vielleicht nach Alternativen umschaut und vor allen Dingen, wie meine Entscheidung ausschaut. Viel Spaß. So, meine Güte, ein Januar-Event bei Apple, was ist das denn? Das habe ich ja gefühlt, und bitte korrigiert mich, seit dem allerersten iPhone nicht mehr erlebt. Genau in diesem Moment geht im Hintergrund irgendwelche Feuerwehr-Sirenen los. Das muss auch ein Zeichen sein, sehr, sehr spannend. Und da ist er endlich, der neue Mac Mini. Nein, so kann man es eigentlich nicht aufrollen, denn es gab noch MacBooks. Aber da würde ich mich überhaupt nicht drüber unterhalten, denn ich habe immer noch mein M1 MacBook Pro, das 13.3 Incher, also die erste Generation des MacBook Pro, damals mit dem M1-Prozessor, und ich bin da super mit zufrieden. Mal davon abgesehen, dass mittlerweile der Akku mehr oder weniger, naja, so Richtung Erdmittelpunkt zieht. Und das hat damit zu tun, dass es letztendlich kein Laptop-Ersatz ist, sondern mein Arbeitslaptop. Nein, mein Arbeitsdesktop. Es ist ein Laptop, der zum Desktop wurde und der dann hier einfach in einem entsprechenden Equipment mit zwei zusätzlichen Monitoren angeschlossen wurde. Und dafür muss ich dann tatsächlich mir von DisplayLink so einen ganz besonderen Thunderbolt-Hub mir holen, beziehungsweise, ich glaube, das ist noch nicht mein Thunderbolt-Hub. Aber auf jeden Fall kann ich zusätzlich zwei Screens anschließen, weil der interne Screen des MacBooks schon als ein Screen gilt. Ja, auch das war so ein Grund für mich gewesen, warum ich so darauf gehofft habe, dass es jetzt da mehr geben muss. Und dann gab es ja den Mac Studio und meine Güte, das ist ja wirklich eine super heiße Kiste, aber auch unfassbar teuer. Über teuer unterhalten wir uns kleiner. Jetzt auf jeden Fall. Januar, neuer M2, neuer M2 Pro, neuer M2 Max, der dann auch entsprechend leider nur in den MacBook Pros verbaut wird. Den hätte ich durchaus auch gerne in den Mini gesehen, aber da wird es dann irgendwann mal ein Mac Studio mit den M2 Max und M2 Ultra und so weiter geben. Mac Pro übrigens immer noch nicht. Aber das ist ja nicht das Einzige, was ja total spannend war. Es war ja eigentlich kein Event. Pressemitteilung, Video auf die Webseite, Webseite entsprechend unbekrempelt, bitte hier vorbestellen. Irgendwie fehlte so ein bisschen das ganze Excitement. Irgendwie fehlten die Twitter-Trends, außer dass du jetzt irgendwie jeden zweiten Twitter hast, hey, Apple hat irgendwie was vorgestellt. Aber das habe ich mir ja nur angeschaut, weil ich einfach mal daran interessiert war, wie das rein zu Marketing, Technik und Kommunikativ auf Twitter dann auch noch in den sozialen Netzwerken für Apple abgegangen ist. Denn ich bin ja nicht mehr auf Twitter. Ich lese ab und zu mal, aber poste. Anyways, also, was auch spannend war, wir sind nach wie vor bei 5 Nanometer. Das war natürlich zu erwarten, weil der M2, den wir ja schon in den MacBook Airs gesehen haben, beziehungsweise in dem MacBook Pro, in dem alten Gehäuse und was weiß ich nicht alles, war ja immer noch auf 5 Nanometer. Von daher macht es relativ wenig Sinn, auf einmal irgendwie auf 3 Nanometer hochzuschieben. Plus, es gibt da noch gar keine Kapazitäten für, beziehungsweise der Output hier vor Ort bei TSMC ist einfach noch nicht da. Man geht jetzt davon aus, dass es so roundabout 2024 werden könnte. Aber wie gesagt, Pressemitteilung, Video, schön vorproduziert, wie Apple das so gut kann und ich es auch wirklich liebe. Aber ich hätte es mir dann schon in so einem kleinen Stream vorgestellt. Big Screen und so weiter, so habe ich es mir auf dem MacBook angeguckt, beziehungsweise habe es dann auf Samsung TV gecastet. Aber ja, in der erwartbaren Qualität, in der erwartbaren Dramaturgie, wie sie dann immer noch ein oben drauf packen, wie sie vor allen Dingen ganz, ganz viele Menschen, die bei Apple arbeiten, auch entsprechend vorstellen. Ich liebe es einfach und ich bleibe dabei, das kann niemand so gut wie Apple. Jetzt kommen wir mal zum Mac Mini und da kombiniere ich das dann auch gleich mit den Prozessoren. Von daher, bitte seht es mir nach, ich werde mich nicht über die neuen MacBooks auslassen und von daher wird eigentlich auch dann der M2 Max mehr oder weniger rausfallen. Das ist ja eine ganz persönliche Entscheidung, denn ich habe auf diese Kiste gewartet. Ich möchte endlich mein MacBook nicht mehr andauernd am Strom haben, dass der Akku sich so weiter verabschiedet. Das ist irgendwie so bei 83% nach zwei Jahren, was eigentlich nicht schlecht ist. Aber ich hätte natürlich lieber gerne 95, 99 oder 100%. Also, kommen wir mal zu den Mac Minis. A, die fangen ja sehr günstig an. In den USA 599 Dollar. So einen günstigen Mac hat es noch nie gegeben, also ein Mac Mini hat es noch nie gegeben. Ich glaube, die kamen original mit dem M1 Mac von 6,99. Jetzt bei 5,99. Halleluja. Da sind ja immer die Steuern rausgerechnet. Die sind in den Staaten, in den jeweiligen Bundesstaaten auch nochmal ein Unterschied. Das heißt, in Deutschland kommt dann, wobei seid ihr denn jetzt? Keine Ahnung, 19% Mehrwertsteuer. Egal, bei euch geht es 699 Euro los. Und dann ist es schon, jetzt geht es wieder so richtig in die richtige Abteilung rein. Aber schauen wir ganz einfach mal zusammen, was der neue M2 im Mac Mini bietet. Rein performance-technisch im Vergleich zu M1. Und natürlich auch im Vergleich zu dem Intel Silicon, was Apple auch immer und immer wieder während der Präsentation hat fallen gelassen. Weil damit knallen sie jetzt den allerletzten Intel Mac Mini natürlich aus dem Portfolio raus. Und da war es natürlich auch sehr angenehm, x86 nochmal so eine richtige Breitseite mitzugeben. Also, ich schaue mir das mal eben kurz hier auf dem Datenblatt an. Da haben sie den mit dem Intel Core i5 CPU, die damals in Mac Mini eingebaut war. Und das war mit der Intel UHD 730 oder irgendwie sowas. Und dann entsprechend im Vergleich zum M1. Also, im Vergleich zum M1 habt ihr einen 2,4-fach so schnellen ProRes-Transcode in Final Cut Pro. Das ist schon mal ein... Also, wir reden jetzt nur vom M1 zum M2, nicht dem M2 Pro. Bis zu 50% schneller bei Filter- und Funktionsperformance in Adobe Photoshop. Photoshop ist auch schön. Photoshop. 35% schnelleres Gameplay in Resident Evil Village. Das sind erstmal richtig heftige Leistungssprünge. Und was ich hier spannend finde, was ihr jetzt erlebt, Apple sucht sich jetzt sehr, sehr spezifisch Anwendungsbereiche raus. Also, wir gehen jetzt hier nicht von irgendwelchen Benchmarks, die sagen so, Overall Performance ist so und so prozentig durch die Decke gegangen. Nein, sondern ganz spezielle Anwendungsgebiete. Und übrigens, diese Anwendungsgebiete, mal abgesehen davon, dass ich nicht auf den Mac Mini zocke, bei aller Liebe. Aber wenn ich so sehe, was Final Cut Pro und so weiter macht, ja, das sind genau die Dinge, die für mich spannend sind. Das nächste ist, wenn ihr dann rüber auf einen Mac Mini Pro geht, beziehungsweise mit dem M2 Pro und ihr vergleicht das dann mit dem M1, dann wird die ganze Nummer nochmal in der Ecke spannender. Ein Affinity-Foto sagt ja zweieinhalb Mal so schnelle Grafik-Performance. Und mit ProRes-Transcode Final Cut Pro, dann sind wir bei 4,2-facher Performance-Steigerung zu 2,4 vom M1, also mit dem M2 Non-Pro. Und dann Gameplay, Resident Evil Village, hatten wir vorher 35-prozentiger Unterschied, jetzt 280-prozentiger Unterschied. Das machen die natürlich insbesondere in der höchsten Ausbaustufe. Da habt ihr eine 12-Core-CPU und hinten heraus eine 19-Core-GPU. Und ja, die gibt wohl wirklich richtig Gas. Bei dem M2 Pro, wie gesagt, zwei Varianten. Einmal 10-Core-CPU und dann mit 16-Core-GPU. Oder die 12-Core mit 19-Core-GPU. Finde ich immer so ein bisschen komisch. Das ist so eine ungerade Zahl. Aber egal, mehr ist ja bekanntlich mehr. Übrigens dann auch im Vergleich zum normalen M2, der nur maximal 24 GB Shared-Memory, das kennen wir vom MacBook Air, jetzt bis hoch 32 GB und doppelt so schnelle Bandbreite des Speichers. Nämlich 200 GB pro Sekunde im Vergleich zu 100. Und der Max hat wieder 400. Und dann können wir mal davon ausgehen, dass es mit dem Mac Studio wieder in der 800er-Abteilung unterwegs ist. Was auch nochmal spannend ist, man spricht jetzt im Vergleich, also der M2 Pro zu diesem Core i5, den Apple daran zieht, von einer 14-fachen Performance-Steigerung. Nochmal, 14-fach. Jetzt weiß ich nicht, ob man sich unbedingt ein Core i5-Mac-Mini-Cluster mit 14 Kisten dahin bauen will. Mal davon abgesehen, dass es angesichts der aktuellen Energiepreise alles andere als vorteilhaft wäre. Aber mein lieber Herr Gesangsverein, das ist mal eben eine Ansage. Übrigens, ihr könnt dann insgesamt fünf parallele Streams ProRes 8K mit 30 Frames pro Sekunde abspielen, was ich völlig abgefahren finde. Oder ihr könnt ganz einfach, wenn ihr genug Platz auf dem Monitor habt, und wir wissen ja alle, dass die 200 Incher wieder im Kommen sind, könnt ihr insgesamt 23 Streams mit 4K parallel abspielen. Auch übrigens bei 30 Frames pro Sekunde. Absolut abgefahren. Übrigens, auch hier wieder im Vergleich zum Intel Mac Mini Gaming Performance 15-fache Steigerung. Good Lord. Es ist aber auch eine heiße Kiste. Also generell können wir einfach sagen, wieder sehr, sehr punktuell Performance, Silicon ausgebaut, wie es zu erwartet war. Das zeigt einfach, in was für einer Position die im Moment sind. Nach wie vor, Performance per What, wird das für alle anderen sehr, sehr eng in diesem Bereich. Ja, AMD erklärt jetzt mit seinen Launches auf der CS, dass sie im Laptop-Bereich auch ganz gerne mit vorne dabei wären. Ich bin mir da ehrlich gesagt noch gar nicht so sicher. Ich möchte ganz gerne was mit einer Ryzen-Architektur sehen, in so einem kleinen, ja, so einem kleinen Mini-Gehäuse auf dem Desktop, was da derartige Performance bietet. Kommen wir zu alles entscheidenden Fragen. Ist es interessant für euch? Solltet ihr euch so einen kaufen oder nicht? Das Einstiegsangebot mit 8 GB RAM. Ich möchte euch und eigentlich sage ich ganz gerne, holt euch so Einstiegsangebote, wenn die so günstig sind. Aber diese 8 GB RAM-Geschichte macht ein bisschen Probleme. Ich habe mit meinen 16 GB auf dem MacBook Pro mit dem M1 durchaus schon hier und da ein paar kleine Schluck aus. Das hat eine ganze Menge damit zu tun, ich bin dann ja einfach auch ein Tab-Messi im Browser und dann machst du irgendwie noch Diffusion B an, was dann im Hintergrund irgendwelche AI-Bildchen mit der Stable Diffusion Engine abbrennt hat. Ja, und dann hat der einfach mal hier und da einen Schluck auf. Das ist einfach so. Übrigens genauso, wenn ich Videos mache. Das ist alles super schnell. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber ich merke das schon, dass ich die Gesamtperformance des Gerätes, weil ich mich auch so daran gewöhnt habe, dass es so sauschnell ist und ich wirklich alles ihm entgegenschmeiße, dann so ein bisschen ins Stottern kommt. Also, kann ich von der 8 GB Variante auf gar keinen Fall. Wenn ihr über die Einstiegsvariante nachdenkt, ihr habt vielleicht noch ein Intel Mac Mini, wollt jetzt updaten, dann könnt ihr auch mit dem M2 Non-Pro, aber bitte 16 GB RAM, seid ihr ganz vorne mit dabei und bezüglich der SSDs, der verbauten, rate ich nach wie vor, ja, die sind in der Ecke, sie wird nicht ganz so performant sein und ihr habt dann hinten auch noch was dranhängen, holt euch die kleinste Variante mit 512 GB SSD und packt dann über den Thunderbolt-Anschluss entsprechend eine schnelle SSD dran. Die einfach mit Thunderbolt 3, gibt es eigentlich schon Thunderbolt 4 SSDs? Ich weiß es gar nicht. Aber das ist einfach sauschnell und ihr bekommt so viel mehr Speicher für euer Geld. Und es gibt auch diese kleine, schöne Docking-Stationen, die insbesondere mit USB-C 3.1, ich glaube eine Bandbreite von 10 GB oder so, bieten. Und das ist bei aller Liebe, das ist alles schnell genug und sieht auch noch schick aus und ist günstig. Also, wenn ihr dann aber in die M2 Pro Abteilung reingeht und dann habe ich mir mal so einen zusammengestellt, übrigens auf der deutschen Apple-Seite, All-In, so wie ich den haben wollte, also 12-Core, CPU, 16-Core, GPU, auch immer schön, 12-Core und dann 16-Core zu sagen, diese ganze Dengnisch-Abteilung, es ist eine Katastrophe, seht es mir bitte nach. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. 12-Core, äh, CPU, jetzt kann ich übrigens mich auch noch berichtigen, 19-Core, GPU, äh, 32 GB RAM und, äh, der 512, äh, Gigabyte SSD. 2.354 Euronen. Leck mich fett. So, und dann habt ihr einfach so diese Frage danach, was kostet ein Refurbished Mac Studio Max mit einer, was hat der, eine 10-Core CPU, 20-Core GPU, äh, vielleicht sogar schon 64 GB RAM, ähm, auch mit einer 512er SSD. Ja, das ist der M1. Hm. Ah. Ihr habt eine schnellere, äh, Bandbreite beim Speicher. Hm. Ich hab wirklich lange drüber nachgedacht. Ich glaube aber einfach, dass gerade bei den anwendungsspezifischen Performance-Gewinnen Apple mit der M2-Plattform genau den Sprung gemacht hat, äh, den ich haben möchte. und deswegen werde ich mir den genau so hier holen. Hier in Taiwan ist ja ein bisschen günstiger. So roundabout 300 Euro und genau deshalb ist das hier im Moment, wo die Kiste, wo ich heute noch auf bestellen klicken werde. Freue mich darauf, freue mich auf eure Eindrücke, Kommentare, Feedback, wie ihr das seht. Ist das alles zu teuer geworden für so einen kleinen Mini? Ist das irgendwie etwas, wo man sagen kann, ey, so viel Performance brauche ich überhaupt nicht? Ich glaube, ich brauche die Performance, insbesondere, weil ich ja jetzt auch drei Displays entsprechend dranpacken kann und ich konnte sogar ein 8K-Display dranpacken. Es gibt eine gewisse Zukunftssicherheit. Die Möhre wird hier vier, fünf Jahre laufen und darauf habe ich entsprechend gewartet. Plus obendrauf, ich habe immer noch meinen M1 MacBook Pro und auch das werde ich locker zwei, drei Jahre nutzen und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass vor allen Dingen jetzt entsprechend der Akku auch noch länger halten kann. Ich freue mich da drauf und sage nach wie vor, ey, Hut ab, Apple. Ihr habt da wieder einen fallen lassen und die Art und Weise, wie ihr dann mit dieser hart erarbeiteten, ich will nicht sagen, ob es Arroganz ist, sagen wir mal Souveränität des Wissens, was man dahingesetzt hat und vor allen Dingen des Wissens, wie ruhig man die ganze Geschichte angehen kann, weil man einfach weiß, man hat da so ein Powerhouse gebaut. Es gibt im Moment in meinen Augen und ich wiederhole mich hier gerne Performance per Watt technisch kein besseres Silicon, keinen besseren SoC da draußen, mit dem ihr solche entsprechenden Desktop-Anwendungen durchführen könnt. Das war der Grund, warum ich 2020 und die, die mir länger folgen, kennen meine Position, warum ich wieder zurück zu Apple gegangen bin nach 15 Jahren und warum sie mich jetzt einfach gepackt haben und ich damit sehr, sehr happy bin. Mac Mini M2 Pro wird es werden. Freuen wir uns denn noch auf erste Benchmark, insbesondere im Vergleich zum M1 Max. Ansonsten euch vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst mir ein Like da und bitte, 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 ihr könnt mir auch auf www.metacheles.de folgen. Das ist entsprechend mein Newsletter und Podcast und ich glaube, da sind auch für euch alle, die die klassischen Tech-Themen einfach noch so ein bisschen metaiger sehen wollen, genug spannende Storys dabei und insbesondere eine ganze Ecke mehr Rents. Hat wieder Spaß gemacht. Danke fürs Zusehen. Ciao.